Das solltet ihr wissen. Aurora Trilogie Besetzung Aurora G. Lynn O'Malley Das Mädchen, das aus der Zeit gefallen ist. Vor Jahrhunderten war ihr Kolonieschiff, die Hetfield, auf dem Weg nach Octavia III. Inzwischen wissen wir, wie gut es ist, dass sie ihr Ziel nie erreicht hat. Denn den Kolonisten dort sind sehr schlimme, sehr botanische Sachen passiert. Ihr Dad gehörte leider auch dazu. Darüber gleich mehr. Ori hat angefangen, prophetische Visionen zu haben und telekinetische Fähigkeiten zu entwickeln, nachdem sie sich dem Squad 312 der Aurora Legion angeschlossen und sich ganz allgemein in eine kleine, aber entschlossene Superhelden verwandelt hat. Ihre Kraft hat sie den Eschwaren zu verdanken, einem geheimnisvollen Volk, das vor Äonen das Raham besiegt hat. Die Eschwaren wussten, dass ihr uralter Feind nur schläft, und so haben sie eine Waffe zurückgelassen und dafür gesorgt, dass der Trigger dieser Waffe lernt, mit ihr umzugehen. Im Echo, einem übernatürlichen Trainingsort, hat Ori gelernt, ihre Kraft zu beherrschen. Und mit ihrem Freund Kale noch anderes eingeübt. Dann ist sie wieder aufgetaucht, bereit, das Raham zu besiegen, nur um festzustellen, dass jemand anderes bereits die Waffe gestohlen hatte. Der Syltratische Kriegsherr, auch bekannt als der Sternentöter, der ebenso zum Trigger ausgebildet wurde, hatte die Waffe benutzt, um die Sonne seines Heimatplaneten zu zerstören. Und bedroht nun auch die Erde. Ach ja, und es hat sich herausgestellt, dass er Kales Vater ist. Das war ein Gespräch, das nicht ganz so optimal gelaufen ist. Wurde zuletzt gesehen, an Bord der Waffe, einem Raumschiff aus Kristall im Kampf gegen den Sternentöter, um dieses mächtige Schiff, das Planeten zerstören kann und bei dessen Anblick jeder sofort die Hosen voll hat, unter ihre Kontrolle zu bekommen. Tyler Jericho Jones, der Anführer, der zum Flüchtling wurde. Als Tyler der Aurora Legion beigetreten ist, hätte er sich nicht träumen lassen, dass ein Squad einmal aus dem Bodensatz der Legion bestehen würde. Genauso wenig, wie er sich vorstellen konnte, auf der Flucht vor der halben Galaxis zu sein, Banken auszurauben und Schiffswracke zu plündern, ganz zu schweigen davon, sich mit der fiesesten Syltratischen Kriegerin zusammenzutun, der er je begegnet ist. Habe ich Kales Schwester Sadie schon erwähnt? Dieser Junge hat mehr als eine Leiche im Keller. Jedenfalls hat Tyler seine taktische Begabung und unvergleichlichen Grübchen dafür eingesetzt, um zusammen mit seinem Squad Octavia zu entkommen und nach Emerald City zu fliehen, wo sie ein dickes Bündel Geld, einen Kasten voller geheimnisvoller Gaben sowie die Schlüsselkarte zu einem sehr, sehr edlen Schiff erbeutet haben. All das wurde, lange bevor all dieser Unfug seinen Anfang genommen hat, für sie hinterlegt. Gerade als sie dabei waren, die Black Box der Hetfield zu stehlen, wurden sie von der bereits erwähnten Syltratischen Kriegerin Sadie gefangen genommen. Einen Kampf mit dem Drakanen der Arena später wurde Tyler zusammen mit seiner neuen Syltratischen Feindin von der Global Intelligence Agency, auch bekannt als die GIA, gefangen genommen. Er hat einiges in Erfahrung gebracht, unter anderem, wie Sadie in Unterwäsche aussieht und auch, dass er und Scarlett keine Terraner sind, wie sie gedacht hatten, sondern dass ihre Mutter eine Syltratische Wegewanderin war. Wurde zuletzt gesehen auf der Flucht mit seiner neuen Freundin Feindin Sadie. Kalis Idraban Gilweth Der missverstandene Krieger Vom Höhepunkt im Squad 312 eine neue Familie zu finden und die Liebe mit der übernatürlichen Waffe Aurora bis hin zum Tiefpunkt als Sohn des Sternentöters entlarvt und aus dem Squad rausgeworfen zu werden, war bei Kal in letzter Zeit eine Menge los. Er wurde ausgestoßen, bei der Stefan 5-10 blom ist, weil er das ist, will ich mich jetzt nichtiligุm und bei der Sperre würden Sie zhouam die in der Dannung auf dem Thema die Sperre auf dem Thema höre, Vielen Dank.